Ja, Mom und Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Heute Fanservice, Leute. Ich hab ein paar Trickster-Runden für euch ausgerahmen. Wir haben so viele Killer-Runden irgendwie in letzter Zeit immer gespielt, dass ich mir dachte, komm, wir hauen mal ein paar jetzt so im Bulg weg, Leute. Ist ja Wochenende, man muss auch mal gönnen können. Ich würde sagen, wir quatschen gar nicht lange rum, Leute. Wenn ihr merken solltet, dass euch das Video gefällt, lasst doch gerne ein Like und einen Kommentar da. Wir gehen rein. Viel Spaß mit dem Trickster. Aber wir haben wirklich viel geschafft, muss ich sagen. Also wir können eigentlich zufrieden sein, denke ich. Wir können uns nicht beschweren. Jeder Survivor hat ein bisschen was an Points bekommen. Uh, die haben... Das ist böse. Also das könnte böse werden. Ja, okay. War ein guter Start, möchte ich mal meinen. Zumal wir jetzt ja da hinten noch irgendwo die andere Person eigentlich haben müssten. Das bedeutet, wenn ich jetzt gegen den Jen kicke, kriege ich ja Wallhack. So heiß. Das ist der, der gerade gerettet wurde. Ich nehme mal zu, dass ich hier eine andere Person jage. Ich würde sagen, das hat auch ganz gut geklappt. Wir laden nochmal schnell nach. Einfach nur, damit ich es schon mal habe. Ich brauche noch eine Einladung, Leute. Ich habe noch keine Einladung gesammelt. Trickster ist scheinbar kein gern gesehener Gast. Es ist scheinbar nicht die Party von Jessie hier. So, dann holen wir uns jetzt unseren ersten Scorchhook ab. War da links gerade eine Einladung? Habe ich das richtig gesehen? Ja. Die nehme ich schnell mit, Leute. Haben ist besser als brauchen. Und dann hätten wir sogar nochmal unser Pop-Stack. Ich glaube, dass der Jen aber nicht mehr relevant sein dürfte. Oh. Kürzen wir den zurück? Hallo. Ich habe doch einen Terrorradius gehabt. Oh. Funktioniert ja aktuell relativ solide, möchte ich mal meinen. So. Ich würde... Oh. Ja. Ach, shit. Okay. Der war hier sogar doch noch. Oh mein Gott. Oder sie. Zwölf Messer. Okay, die müssen jetzt sitzen. Okay, die saßen schon mal nicht. Okay. Ein Messer. Sprechen wir nicht drüber, Freunde. So, hier poppen wir nochmal gegen. Wahrscheinlich wäre die Person jetzt helfen gegangen sein, oder? Nö. Wo ist die denn hin? Da muss ja mal zwischenzeitlich wieder jemand dran gewesen sein. Ah, die hat aufgegeben. Schön, dass wir drüber gesprochen haben. Wo ist die denn? Wo ist die denn? Oh. Oh. Ja, noch jemand. Tja, dann halt mit dem Basie. Einmal hier auffüllen, würde ich sagen. Istrick kommt auch an den Haken. Am besten an den Scorchhook hier vorne. Dann haben wir den nächsten Stack noch mal rausgehauen. Der wird wahrscheinlich in die Mitte wieder gehen, oder? Der mittlere Gen. Wahrscheinlich am weitesten. Da ist gerade noch mal eine Krähe hoch. Lass uns noch mal kurz gucken. Gut. Wir gehen erstmal wieder in die Mitte. Einen Generator haben sie jetzt geschafft. Sind aber auch tatsächlich... Okay, die rennt weg. Ich nehme das jetzt einfach mal mit hier. Scheiß drauf. Nesla lässt sich leider wieder sterben. Der Daddy ist einfach zu stark, Freunde. Daddy einfach zu krass für die Leute, Leute. Da machst du halt nichts, ne? So, zwölf Messerchen. Ist ein bisschen wenig. Da würde ich sagen, müssen wir noch mal nachlegen. Und dann setze ich den Lachs hier noch mal zurück. Ja, man weiß ja auch nicht, wo der andere jetzt ist, ne? Die hat aber scheinbar nicht aufgegeben, oder? Die macht die Skillchecks ja so, wie es aussieht. Immerhin etwas. Nein, okay. Ich weiß, hat sie die verkackt, oder ist die andere jetzt nicht gekommen? Man weiß nicht. Nee, aber so weit war das eben noch nicht. Das ging zu schnell, glaube ich. Ja, gut. Erste Killerrunde heute. Die Leute können den Daddy nicht handeln. einfach too much sex appeal. Und zu viele Messer. Okay. Ich bin der Daddy. Das ist korrekt. Okay. Dann kommst du an den Haken. Let's go. Und dann haben wir hier wenigstens Feierabend, Leute. GG. Woohoo. Da hat sie kurz vergessen, wie man wegrennt. Einfach komplett im Bann des Tricks da, Leute. Ah, kann ja mal vorkommen. Ja, GG. Heiligtum des Zorns, Leute. Macht den Daddy nicht wütend. Oder macht ihn wütend, wenn euch traut. Eins, zwei, drei, vier. Wir werden erstmal hier rüber gehen. Guten Tag. Junge. Richtig reingeschissen. Gefällt mir. Ich habe überlegt, aber jetzt schon an den Scorchhook wird es sich wahrscheinlich nicht lohnen. Oh. Hätte ich immer den Scorchhook reingepackt. So. So, ist der andere jetzt auch noch hier, wäre die Frage. Einmal nicht. Einmal kurz da wegjagen. So, die haben wir gesehen. Die rennt falsch. Sehr gut. Oh, das ist nice. Diese Abpraller, ne? Die sind immer wild, Alter. Oh, das ist schon wieder frech. Aber nochmal Value immerhin von dem Ding. Das ist ja auch schon mal schön. Ne, ne, ne. Du bleibst hier. Und... Den packen wir mal eben hier jetzt ran. Eine Person, die hier den Generator fertig gemacht hat. Ich weiß nicht genau, wo die hin ist. Ist nochmal hier an den Jen ran. Kick mal gegen. Dann machen wir es so, Alter. Gar kein Problem. Jetzt haben wir hier natürlich richtig schön zwei Leute erstmal im Haken. Oh, guck mal. Drüben wurde schon gerettet. Dann können wir da direkt einfach wieder hinlatschen. Ah, schade. Ich habe jetzt da nur geschlagen. Wollte gerade sagen, vielleicht kann ich ja gleich schon wieder mein nächstes Main Event droppen. Die haben sich geheilt. Guck mal, sie folgt dem Daddy schon. Was ein Fangirl, Alter. Was ein Fangirl. Die will mir nah sein. Hm... Ja, ich hiete mal. Hallo. Die A dann nochmal. Ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt der cleverste Schachzug gewesen ist von ihr. Was denn heute los, Leute? Was haben sie denn heute alle mit dem Daddy? Was schmeißen sich alle heute mir an den Hals, Alter? Oh, weit gekommen ist sie jetzt auch nicht. Oh, schade. Ah, ich muss sagen, sie ist weitergekommen, als ich anfangs erwartet hätte. Hat sie aber auch nochmal einen guten Move gemacht. Ehre, wem Ehre gebührt. Sie ist tot. Hat die auch versucht, sich selber abzuhaken oder wie? Leute, mach doch nicht so. Heute wollen sie alle nicht so richtig, wa? Was machen wir mal an so? Hier wird nochmal schön das Main-Event hier gespielt. So, hier ist niemand. Da war auch niemand. Habe ich schon den vom Anfang längere Zeit nicht gesehen, Leute. Macht der jetzt irgendwo noch einen Gen oder wie ist der Plan? Da scheinbar nicht. Ich dachte erst, der wäre vielleicht hier hinten irgendwo. Sieht aber auch nicht so aus, ne? Nö. Hm. Na gut. Dann suchen wir mal weiter. Ich hätte ja gedacht, dass die irgendwie ein bisschen aufgesplittet sind. Aber denkste, da ist gerade was hochgeflogen. Das ist der vom Anfang. Da rennt die andere, die Sable. Ich habe irgendwie erwartet, dass er hochrennt. Jetzt habe ich Main-Event ready. Hm. Wo spielt sie denn? Schön gespielt. Na gut. Schon wieder so ein wilder Ritt. Weiß auch nicht, was hier los ist mit den Leuten. Immer bekommst du direkt von meiner Nachricht und wirst... Oha! Was hat sie gesagt? Genau, die macht bald zwei der Count. Sure, gut. Der Daddy. Haben jetzt so viele... Oh, hier ist sie irgendwo. Hm. I'm sorry, Bro. Ich brauche meine Bosthaft-Kategorie. Wahrscheinlich habe ich es schon wieder nicht, ne? Hey, Alex. Nein, nein. Ja, die Runden, die sind wild irgendwie mit dem Daddy. Kann schon fast mal eine YouTube-Folge machen, wo ich nur die reinpacke, wo die... ...Runden halt so kurz und knackig vorbeigehen. So ein Best-of-Daddy, ey. Ach, ja. GG. Ey, wir haben Bosthaft bekommen diesmal sogar. Die Runde war nicht zu schnell vorbei. Geh zu dem G. Das kann gerne nochmal wiederkommen. So, Raccoon City, Leute, mit dem Trickster. Wir haben halt wieder diese abprallenden Dinger. Ich nutze die jetzt gerade so richtig ausgiebig, weil ich da so viele von habe. Und die sind halt schon ganz nice, gerade auf so Indoor-Maps. So. Eine Person stand einfach nur. Steht da auch noch immer. Hallo. So, ich würde ihr jetzt... Ach, scheiße, jetzt habe ich schon das Main-Event. Wollte gerade sagen, ich würde das Main-Event mir sonst gerne aufspannen, weil ich hatte das Gefühl, dass ich die auch so erwische. Ich dachte gerade, ich hätte da eine Bewegung. Wir haben nur 27 Messer. Dann holen wir dich da halt einfach raus. Ich weiß jetzt nicht, warum das die bessere Lösung in ihren Augen war. Ich haue sie einmal hier hin. Dann machen wir den. Und dann sammeln wir sie auf und bringen sie wieder einen Haken. Also keine Ahnung, warum sie dachte, das wäre jetzt irgendwie der Play, den sie machen sollte. So, wir haben keinen Terror-Radius, Leute. Da könnten wir was draus machen vielleicht. Jen draußen ist fertig geworden. Die haut aber ab. Dann gucke ich, ob die hier noch sind. Ne. Sind hier nicht mehr. Dann gehe ich wieder zu der anderen zurück. Hallo. Gutes Timing von ihr. Main-Event regelt, Leute, im Zweifel. Ich glaube, ein Scorch-Hook. Wahrscheinlich sind nur die Scorch-Hooks hier, oder wie? Na gut. Dann nehmen wir doch einen. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, ein Scorch-Hook brauchen wir uns jetzt gar nicht holen. Aber. Boah, ich dachte gerade, da hockt einer. Aber gut. Computer sagt doch. Der wird zurückgesetzt. Das heißt, der ist am weitesten. Gut zu wissen. Ich würde den da nochmal kicken. Jetzt haben sie hier die Person gerettet. Ja, da sind die auch wieder dran. Sieht doch einfach nicht. Jetzt ein bisschen... Wir sind jetzt im Verhängnis geworden. Ist aber auch immer noch eine starke Palette, die da jetzt natürlich steht. Jetzt habe ich schon wieder mein Main-Event ready. Kacke. Der ist sogar noch zurückgesetzt. Das heißt, hier ist gar keiner. Ja, kann ich nichts mehr mit anfangen. Man bekommt das jetzt halt teilweise wirklich richtig schnell. Hey, da ist die Seed. Wie ist hier denn heute wieder los? Links neben mir. Wie blind wollen sie sein? Alter, Grants sagt aber ja. Das ist auch schon wieder eine Frechheit, der sich hier halt zufassen hat. Trickster hier zwei Sonne-Dinge hat. Ich habe echt Schwein, dass die das dann immer hier verkacken, ne? Auf der anderen Seite, äh, haben sie natürlich jetzt immer noch diese starken Loops hier. Okay, einmal oben die Gents abchecken, wollte ich gerade sagen. Da war es schon zu spät. Hallo? Ich dachte, hier kommt jemand runtergehüpft. Schade. Ich habe aber noch 31. Da lässt sich doch noch was mit anfangen, hoffe ich. Ich bin mir nicht sicher, ob sie nach rechts gegangen ist mit dem Dingens. mit dem Silent-Mode. Das ist halt gar nicht eingesetzt. Das stimmt, ja. Der kann halt schon ganz schön böse sein. Teilweise, wenn du den gut einsetzt. Deswegen sind es dann immer ein bisschen ärgerlich. Wenn man den dann halt gar nicht nutzt, finde ich. Nice. Oh, die war das hier. Ich kann mich, ob ich hier halt irgendwie über die Bande... ...was reißen könnte. Ich bin schon wieder verkackt. Oh, ich bin mir sicher, ob jemand kommt, ja. Nächster Generator ist jetzt auch schon wieder da. Der Bot zieht wahrscheinlich hier durch. Ich bleib mal eben nach. Einer habe ich jetzt gerade gar nicht gesehen, die hier eben noch in der Nähe war. Da ist nichts. Norman, hallo! Na, wie geht's? 61 Monate, Leute. Let's go. Aber für dir geht's gut, beziehungsweise für euch geht's gut. Und da kommt Theresa hinterher, Leute. So kennt man's. Dankeschön, ihr beiden. Fleißig beide noch hier. Beziehungsweise... Möder, moin! Kommt ihr auf einmal alle her, hier? Da rennt jemand. Wir gehen direkt hin. Wahrscheinlich langsam, aber sicher jemanden killen. Hä? Der Bot kaputt? Kann ich den Bot bitte zurückgeben? Was war mit dem Bot? Achso. Ah, der ist schon abgehauen. Ärgerlich. Da ganz hinten draußen war jemand. Ich glaube, unten der Generator wird auch gemacht. Geh mal hier runter. Ja, hier sollte ich nachher mal lieber meinen Kopf raufballern. Wie wir sehen, sehen wir wieder mal nix, Leute. Meine Waffe schimmert manchmal so an der Wand. Ich glaube, das ist das, was ich manchmal gesehen habe. Okay, die lassen den Bot vielleicht sterben. Ich meine, soll mir recht sein. Die geht weg. Hätte ich wetten müssen, hätte ich gesagt. Da ist noch jemand. Ich versuche, sie hier abzulenken. Hat nicht so gut funktioniert, mal wieder. Wieder nur mich selbst verarscht. Es ist auch ein Schmerz, hier. Okay, let's go, die kriegen wir Haffe ich doch mal Yes Okay, einzige Problem Was ich jetzt halt wieder haben werde Ist, dass die Dingens alle so weit weg sind Die Scorch Hooks, die sind alle in einer Ecke diesmal Sonst sind die irgendwie Häufig auch mal ein bisschen Was schöner verteilt Heute leider nicht So, hier scheint niemand zu sein Wieder das Main Event leider weg Der ist noch weg Machen wir mal so Oh ja Schön So, die sammeln wir direkt schnell auf Packen wir hier an den Haken ran Schöner Tausch, die ist tot Hey Leute, was passiert hier schon wieder Mödom übrigens mit den 100 Bits den Hype Train gestartet Nur mal so fürs Protokoll, Leute Danke Mödom Ich kriege hier eine Killer-Runde immer wenig mit Oh ja, Wegner würde ich schon sagen Ist ein eher starker Killer, ja Schwer ihn einzuranken Also so letztendlich dann Auf welcher Position Also natürlich nicht Nicht Top 3 Würde ich sagen Aber ist schon ein starker Killer, ja Sorry, ich brauche immer ein bisschen Wenn ich Wenn ich als Killer unterwegs bin Frage schon vor einer halben Stunde gestellt So Nach dem Motto Aber doch, ich finde Wegner ist eher Gehört eher zu den stärkeren Killern Leute, ich sag's ja Tierlist Gestern oder wann das war Erst drüber gesprochen Es wird Zeit Ja, so am näheren überlegen Ja, wahrscheinlich würde ich ihn auch nicht In die Top 4 packen Aber ich muss mich einfach mal hinsetzen In Ruhe Gedanken machen so Einfach so ein dediziertes Video Hallo Ich glaube, sie hat aufgegeben Danke für dein Item Aber das wird dich auch nicht retten So, jeet Und dann schnell Nochmal nachladen Die Person ist nämlich auch schon wieder rappt Und dann gucken wir mal Also ich würde ja hier spawnen Wenn ich die Luke wäre Ich weiß nicht, wie ihr es machen würdet, Leute Hm Scheiß Luke Hier links, rechts In dem Raum Nein Oh Sind die hier oben spawnen? Nee, oder? Obwohl doch Ich glaube, auf der Map kann sie auch oben sein Muss man einmal Achso Ach, Mödom Der gönnt mir aber auch nicht Ich glaube aber auf der Map Ich höre sie wieder Wenn das jetzt nochmal Mödom ist, kriege ich ein Kind Nee Ähm Ich glaube auf der Map kann die teilweise oben spawnen Ich weiß nicht, ob sie es geändert haben inzwischen Ich meine, theoretisch ergibt es ja auch Sinn Weil das ist ja quasi Sowieso die Welt des Entitus Die kann ja nach seinem eigenen Dingens Machen Also auch wenn das halt komisch ist Weil da ja kein Ding zwischen ist Oh, wow Besteht hier einfach So 170er Serie übrigens bei Mödom, Leute 170 Streams, ey Ohne einen verpasst zu haben Insane, ey Hatte Lola, glaube ich, auch schon, ne? Hatte Lola auch schon Mein Beileid Hallo, was soll das denn heißen? Und sowas vom Mod wieder, ne? Ey, GG Da hat der Trixer noch mal einen rausgezaubert Aus seinem Hut Also er hat keinen Hut auf, aber You know what I mean So, also Renato und Leon Wenn das System jetzt stimmt Renato und Leon Oh, wir haben den Speedboost Das ist geil Ne, dann geh ich lieber hier hinten hin Geil Boah, hänggeblieben Wie damals in der Grundschule So schwer als Survivor das vernünftig abzuschätzen Guck mal, wenn ich jetzt schon aushol Boah, hab ich sie fast erwischt Aber ich komm halt so schnell da wieder hinterher Da macht sie halt nix, ne? Ich würde, wenn es Die Möglichkeit gibt Ne Gibt's grad nicht Ich muss mir einen Scourge Schock holen, wollte ich gerade sagen So, solange ich jetzt aber noch ein bisschen schneller bin Einer da, einer da Schnell hin Und zumindest Ein-Gen poppen Hallo Der kriegt einen Hit so Oh, der bleibt hier Ja Ich hab nicht die abfallenden Klingen Ach, warte Ich kann den ja umhauen Okay, vielleicht kann ich ihn noch nicht umhauen Ach, verdammt Hat er aber auch Balls gehabt Jetzt hab ich den Scheiß wieder, weißt du? Hab ich noch? Ne Ah, bin ich zufrieden Die Jagd, die Mit dem, mit dem David war nicht gut Die hat mir nicht gefallen Ich würde für den Scourge-Hook jetzt gehen Weil ich in der letzten Runde Ein bisschen wenig von den Dingern abbekommen hab So, es hat auch jemand geschrien Und ich glaub, wir gehen dann auch wieder rüber, oder? Ah, der wurde zurückgesetzt Der ist am weitesten Crazy Ach, da ist noch jemand Ach, das doch Also hat sie jetzt ja quasi mit dem Durchhüpfen gesagt Leon Wasted Wasted An meinen Augen Ja Ich bleib dabei Wasted Haben sie aber trotzdem schon den zweiten wieder fertig Ne Oh, meine Güte Den, okay Den dritten Obwohl wir jetzt natürlich hier eine gute Position haben Also der eine wird auf jeden Fall Den treten wir nochmal schnell mit Pop Der, da war jemand Der eine wird auf jeden Fall in die zweite Phase kommen Ja Der andere läuft Da ist er Ah, hab ich doch Ich hab da noch Wollt schon sagen David Disconnected, okay Komm, wir hängen ihn mal hier schnell hin Damit ich Pop bekomme Oh, Lul Das war interessant Das war interessant Das war interessant Jetzt haben wir ihn auf Ich kann euch nicht sagen Was hier schon wieder gerade passiert ist Aber Ich nehm das einfach, Leute Ich hinterfrag das gar nicht Ich gönne mir das jetzt einfach Hängen hier den auf Zack Erste Person ist auch tot Wir laden einmal nach Und dann geht die Reise weiter Ah, da ist er wieder Hallo, mein Freund Ist ja noch einer Hallo, guten Tag Was kann ich für dich tun? Oh, was ist mit dem? Ach, der David ist ja ein Bot Okay Also ich hätte jetzt gerade eher gedacht Dass der Typ ein Bot war Aber hey Ich will ja nicht judgen Leute Das kann's doch niemand mehr zählen So, gib du mal den da Das ist schon wieder eine ganz wilde Runde hier Der Daddy, Leute Der macht die Leute alle wuschig Ich hab keine Ahnung Was hier passiert So, wir holen uns den nächsten Scorchuk Und dann Sind ab sofort alle Leute Ah, nee, halt Der ist schon tot Stimmt Es waren ja noch drei Überlebende Bei einer war ja am Haken Weißt, es waren alle schon dead on hook Na gut Jui Dann wollen wir mal Schauen, wo du bist Hm, der Bot Scheiße Komm, kacke Scheiß drauf Der Bot jammert immerhin nicht Dass ich ihn jetzt getunnelt habe Nicht so wie die Survivor Ach, da, hinter mir war auch noch ein Haken Stimmt, das war sogar der Scorchuk An dem ich ihn eben schon hatte, ne? Äh Any Luke'n enjoyers? Oh, geil Spaß dir, Mödom Behalt deine Bits Da hinten läuft sie Trickster ist gar nicht mal so leicht zu zielen Für mich zumindest Oh Ah, da ist sie Hallo Hängen geblieben Habt nichts mehr Lade ich noch mal nach? Nö Scheinbar nicht Schwein gehabt Dann, äh, let's go Haken Und am Feierabend GG Wilde Runden heute mit dem Daddy, wa? Wilde Runden mit dem Daddy Weiß auch nicht, die Survivor Viele DCs heute irgendwie Alle ein bisschen empfindlich Keine Ahnung, was da los ist Ja, das ist der neue Skin Ich weiß auch Also, was heißt der neue Ich hab den jetzt gerade erst entdeckt Wer weiß, wie lange der schon im, äh Hab ich das nicht bekommen So, ich hoffe Ich hab euch alle jetzt zum Schwitzen gebracht Leute Vier vollgepackte Runden mit dem Trickster Was will man mehr, Leute Daddy war am Start Und ich hoffe, ihr habt's genossen Falls es so ist Lasst doch ein Like da Lasst einen Kommentar da Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei Dankeschön auf jeden Fall fürs Zuschauen, Leute Und wenn ihr mögt Dann sehen wir uns bereits im nächsten Video wieder Macht ihr euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag Danke für die Aufmerksamkeit Hau da rein Ciao, ciao Ciao